Episode 9 Unterstützung Ein Feuerwerk auf Bestellung für ein bisschen Cash Eliminieren Sie die sowjetischen Kampffahrzeuge Alles klar Ein Mann und sein Pferd gegen Panzer und Hubschrauber Das wird ja witzig Auf geht's, E-Horse Ja, beim Panzer einzuholen Wo genau befindet der sich? Okay, gehen wir erstmal auf die Straße Direkt voraus Los Faulerz Schneller Vielleicht können wir ihn überholen und mit C4 eine Sprengladung oder eine kleine Falle widerstellen Oder wir reiten von hinten an Mal versuchen was anzubringen Keine Chance Ich kann ihn auf jeden Fall schon hören Vorwärts Los die Hors Diesmal muss ich dich richtig peitschen Mist Ich bin wieder eine Straßenspende Dann gehe ich hier oben entlang Alles klar, alles klar Ich check gleich meine Map Als erstes will ich diesen Panzer überholen Los Los Vorwärts Los die Hors Wir haben nicht viel Zeit Vorwärts, vorwärts, vorwärts Schneller Ein Pferd ist schneller wie ein Panzer Das will ich doch wohl meinen Ja, ja Schön für den Außenposten Komm, komm, komm Komm, komm Na los So, ich glaube jetzt ist der Abstand zu groß Okay C4 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 Oder Granaten Was jetzt? C4 oder Granaten? C4 Und los Einmal Und zweimal Er kommt Hinsichtlich schießt er nicht auf Die Haus So, eine kleine Falle Und Kabumm Das war's Auf geht's Zum nächsten Okay Ich muss aber erst wieder hier vorbei Der Nachschubposten hat es bemerkt Sind alle auf dem Weg zur Explosion jetzt Hoffentlich muss ich nicht hier rein Und los Vorwärts Oh oh Wir haben keine Zeit Verdammt Okay Wo sind die anderen? Der andere ist voraus Da fährt er Scheiße Scheiße Okay Muss ich mir was anderes überlegen Ja Öppah Wuhu Schneller Schneller Frage ist Kommt der Panzer zu mir? Er schießt auf mich Komm Panzerchen Komm Wenn er mir folgt Mach ich ihn fertig Der folgt mir sicher Ja Ich höre ihn Schön Gleich noch meine Falle Okay Schön in meine Falle Guter Junge Ja Verscheuch die Hors Und jetzt Tschüss Das war Nummer zwei Einfach schön durch die Hors Ganz gemütlich Ich muss herausfinden Wo zum Teufel Mist Direkt voraus Und los Wir sind irgendwie über die Verdammt Wir sind irgendwie hier drüber Komm die Hors Kommt da jetzt wieder ein Panzer Oder was kommt da? Verdammt Ich hab keine C4 mehr Aber ich kann mein Pferd wieder Als Lockmittel nutzen Mich auf den Stein hier oben stellen Und Granaten schön in die Luke reinwerfen Klingt noch ne Pferd Gut Mal war Mit Raketen diesmal Das ist so ein Tempo ich mal hatte Hab Und kabumm Jawohl Kaputt Und gleich noch eine Oh das Ding ist ganz schön robust Noch eine Aber jetzt ist Feierabend Also geht doch So Auf geht's zum nächsten Sieben Minuten Zeit noch Okay Jetzt brauch ich aber Ich brauch Nachschub Okay Der nächste Kommt von diesem Straße Alles klar Komm schon Ich brauch Nachschub Hep Bring mir meinen Abschub Beeilung Verdammt Die Zeit läuft Ah da kommt es ja Komm schon Komm schon Komm schon Sechs Minuten noch An dieser Ecke kann ich ihn mir schnappen Sehr gut Und weiter geht's Kommt hier Ich kann dich immer gut als Ablenkung benutzen Das ist eigentlich gar keine schlechte Idee hier Okay Von welcher Seite kommt er Von dieser Seite Hier ist eigentlich perfekt Nicht so weit weg vom Außenposten Und nicht so weit weg von der Straßensperre Und hier oben habe ich wieder Perfekte Übersicht Alles klar Wieder C4 Klar Besser als nichts Zack Und zack So jetzt nur noch kurz abwarten Gleich ist er da Mir passiert jetzt die Schranke Wow ist der schnell unterwegs Das ist schwierig Verdammt Beides auf einmal Na ganz toll Wow Super Komm 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 Und zündern Okay Ich hab's gleich Oh nein Schon wieder Oh nein Das wird übel Vier Minuten Ja Okay Vielleicht sollte ich mir meinen Raketenwerfer kommen lassen Äh Keine schlechte Idee Verdammt Komm von der anderen Seite Zwei Stück Das ist perfekt eigentlich hier Moment mal Was ist das? Das ist dein Gefangener Komm raus man Thank you Kein Problem Alles gut Wir sehen uns auf der Mother Base Verdammt Scheiße Drei Minuten Wie soll ich denn das schaffen? Okay Subjekt ist in Shit Go 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 Mist Seine Fahrzeug ist schon fast weg Und los und los Oh Jappa Komm 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 Keine Zeit Keine Zeit Shit Ja Drei Minuten Ich weiß Fangen Und weiter Okay der ist kaputt Zum nächsten Vorwärts Schneller 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 Was Wie viele denn noch? Was zum Teufel Wo Wo ist das? Alter Scheiße Schon wieder da unten? Komm schon Verdammt Ich beheime mich doch schon Dammt noch mal Schon eine Menge Schrott Produziert Aber jetzt Reicht's langsam Komm 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 Eine Minute noch Wo ist der Fuckpanzer? Da unten Irgendwo Das schaffe ich niemals Rechtzeitig Komm Sean Ich habe schon das Meiste eigentlich erledigt Kommt der? Ja Zu zweit sogar Na los Na los Na los Na los Ich bin doch schon Unterwegs Ich beeinne mich doch schon Fuck C4 C4 Einmal Zweimal Granaten Nein ich brauche das C4 wieder Oh scheiße Die haben mich entdeckt Fuck Jawohl Einer ist platt Komm jetzt her Verdammt noch mal Scheiße Die Horse Die Horse Fuck Wo ist die Horse? Mist Er entkommt mir Ach scheiße Okay Okay ich habe es trotzdem geschafft Mit einem Panzer sind sie Zurechtgekommen Okay Es war nur ein Panzer Verdammt wo ist die Horse? Alles klar Versuchen wir noch den letzten Panzer zu zerstören Wobei ich eigentlich nur raus muss Die sind in der Base Das Missionsgebiet verlassen Was ist das? Was zum Teufel war das gerade? Hier ist auch ein Fahrzeug Vorwärts Los 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 Hätte ich mir doch mal den Raketenwerfer kommen lassen Wo ist das Fahrzeug? Es fährt durch Gucken ob ich das noch bekomme Ja ja Sehr gut Was? Oh 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 fuck Mist 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 Ja ja Verfolgt mich doch Scheiße 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 Warum muss dieser verdammte Außenposten hier sein? Was ist eigentlich hiermit? Kann ich das mitnehmen? Oh Sehr geil Damit kann ich das Fahrzeug zerstören Oh ja Vom Pferd aus sogar Los Die Hors Schneller Ja 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 Da vorne fährt er Ja Diesmal entkommst du mir nicht Ja Diesmal habe ich einen Raketenwerfer Ja 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 Verdammt deine Straßensperre Ja 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 Feuerwärts, feuerwärts, feuerwärts Ja 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 Ein Run gegen die Zeit Ja 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 Geschafft Hätt ich mal den Raketenwerfer früher mitgenommen Wäre alles einfacher gewesen Mission complete At least you made it out in one piece. Oh, Codename is Spider. Too long. Boss, a certain scientist has contacted us, wanting to defect from the east. His name is Amarek. That's right. The man we knew is Huey. We suspect he was complicit in the attack on Mother Base nine years ago. He was working with Cipher. I've been waiting a long time for this. So I say, let's help Amarek defect. Once he's here, we can sit down and catch up on old times. Amarek is currently at Sorak Power Plant. This is our chance. Boss, head for the power plant. Wow. Mother Base. Nach und nach wird sie immer mehr aufgebaut. Und meine Leute warten auch schon auf mich. Sehr gut. Ich muss mich mal ganz kurz waschen gehen. Das Blut abwaschen. Sehr schön. Welcome home, Boss. Jo. Danke, danke. So. Was ist Einheiten zusammenstellen für Missionen? Wir können also jetzt Leute auf Missionen schicken. Okay. Please select a mission. VIP Sicherheit. Okay. Alles klar. Wer hat am meisten Kampffähigkeiten? Der mit 476. Schicken wir mal dorthin. Unit dispatched. Ah, und so kriegen wir dann wahrscheinlich auch wieder ein bisschen mehr Geld und so. Nicht schlecht. So funktioniert das also. Okay. Kassetten, äh, ne Missionen. Hier. Okay, dann schauen wir mal. Was können wir denn Neues wiederherstellen? Haben wir was Neues? Wow, äh, ja, wir können die Pistole verbessern. Nein, 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 nix. Oh, ne Makarov mit Schalldämpfer. Auch nicht schlecht. Äh, Bakarov. Äh, Bukarov. Entschuldigung. Oh, die ist auch geil. Zum Töten. Hm. Ne Pumpgun. Dann verbessern wir das Scharfschützengewehr. Nein. Und das hier auch. Oh, das ist richtig gut. Das nehmen wir, glaube ich, nächstes Mal mit jetzt. Und die Sachen, was BB Schild. Ich weiß nicht, wofür brauchen wir ein Schild. Brauchen wir nicht unbedingt. Gut, dann gucken wir mal. Basis. Wie sieht's mit der Basis aus? Was können wir denn jetzt noch was bauen? Kampfplattform. Kampfplattform brauchen wir. Das ist gar nicht mal so schlecht. Informationsplattform. Ja, gut, hole ich mir als nächstes. Aber Kampfplattform brauche ich, um Kampfeinheiten auszubilden, die ich dann auf Missionen schicke. Genau. Sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Ähm. Kommst du? Hä? Didi. Fully trainiert und bereit für Aktion. Rest ist up to you. Was? Didi. Go. Oh. Das ist ganz schön groß geworden. Na dann. Geht's los. Ja, woher dich? Na, Didi? Ah, woher Hund? Oder Wolf? Naja. Ja. Wie viele Monate operiere ich schon? Mit diesen Missionen. Und nun ist er groß.